Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Magna Carta 2. Ich bin zwischenzeitlich mal im Dunanfeld gewesen und hab nochmal nachgesehen, ob wir unsere komische Geisterquest irgendwie fortsetzen können. Und kann das verneinen. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo noch einen anderen Weg, wo die Mission irgendwie weitergeht. Aber ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, das in der letzten Folge abzuschließen. Und also da ist zumindest kein Geist gewesen an diesem komischen See. Das war ja so meine Vermutung gewesen. Und ich habe aber auch, wie angekündigt, wegen dieser Waisen-Quest nachgeguckt und bin tatsache auf eine Lösung gestoßen und würde ganz gerne ausprobieren, ob die so funktioniert. Deswegen laufe ich jetzt diesen Weg entlang, denn wir sollen ja Waisens Grab ausfindig machen. Und das soll ja irgendwo auf dem Ruheide-Plateau sein. Soweit erstmal die Fakten, das wissen wir ja schon ein bisschen länger. Und aua, der hat wehgetan. Und der ist aber in der Karte nicht eingezeichnet. Also der soll nicht eingezeichnet sein. Und ich habe mir jetzt mal eine Beschreibung durchgelesen, wo ich das Ding denn finden kann. Und das soll, Tatsache, irgendwo... Oh, das war fies. Das war fies. Ich hoffe, ihr habt jetzt Nachsicht, dass ich den mal eben kurz bestrafen muss für die Scheiße, die er hier fabriziert. Vielleicht kriegen wir das sogar auch hin, dass wir das... Nein, oh, fast habe ich... Oh, ich habe gerade voll auf die falsche Taste gedrückt. Meine Reaktionsfähigkeiten sind heute noch nicht so ausgeprägt, denn es ist für meine Verhältnisse relativ früh. Ich bin noch gar nicht so lange wach. Und, ähm, ja, und es ist irgendwie Samstag. Also ich weiß gar nicht, ob man das noch morgen nennen kann. Es ist 10 Uhr. Ich weiß, für den einen oder anderen ist das wahrscheinlich schon so ein Zeitfenster, wo man... Weil sie nicht schon 10.000 Sachen am Tag erledigt hat. Aber am Wochenende ist das für mich so ein Zeitfenster, wo ich mir sage, manchmal liege ich da auch noch ganz gerne im Bett rum. Aber ich habe heute auch noch ein bisschen was vor. Und brauche erst mal eine tägliche Dosis zocken. Und das Witzige ist, dass, ähm, äh, das vielleicht die Finalfolge werden könnte. Ja, das ist irgendwie total krass, weil ich setze mich jetzt hier hin und denke mir so, okay, auf Magna Carta hast du jetzt Bock? Habe nämlich heute bei meinem Käffchen erst mal so ganz gemütlich im Internet nachgelesen, wo ich diese Weisengeschichte irgendwie abwickeln kann. Und, ähm, ja, bin jetzt gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Also es kann natürlich sein, dass wenn wir das gerade finden, weil da habe ich dann natürlich nicht weitergelesen, was dann passiert, ähm, dass die Mission dann noch weitergeht und dass wir dann eben doch nicht zur Lastrada hinfahren. Aber ich will mir das erst mal angucken. Guck mal, nehme ich dieses komische Konstrukt hier auf der rechten... Also es soll auf jeden Fall irgendwie rechts von Icton sein. Ich schätze mal... Ja, guck mal, Tatsache. Da steht es weiß ins Grab. Ich glaube es ja nicht. Das ist ja wirklich nicht eingezeichnet. Ja, das ist ja ein Ding. Okay, warte mal, ich will das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen, aber ich will mal kurz gucken, ob wir noch andere Missionen offen haben. Einfach nur der vollständig... Achso, ja, okay, nee, das habe ich mir ja beim letzten Mal versemmelt. Aber guck mal, unten links. Wir sind, wenn wir diese Mission noch abgeschlossen kriegen, wahrscheinlich bei knapp 95 Prozent. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote dafür, dass ich ohne Guide gearbeitet habe, oder? Ärgert mich ein bisschen, dass wir die 100 nicht haben, muss ich ja zugeben. Aber trotzdem ist das relativ ordentlich. Wir haben viel gesehen. Oh, zur Grauen Grabstätte. Okay, kommt jetzt noch ein Kampf oder so? Offensichtlich nicht, ne? Der Wind! Look over there! Celestine. Papa! Celestine, meine Frau. Du hast eine gute Frau, junge Frau. Ich habe nie gedacht, dass ich dich so treffen würde. Forgive mich. Ich konnte nicht gehen, um dich zu sehen. Das ist mein einzig Regret. Nein, Papa. Es war nicht einfach für dich, Papa. Ich wollte dich treffen. Ich sehe, dass die Herr Schieff hat dich gut geholfen. Sag sie, dass ich sie dankbar, aus dem Grunde von meinem Herz. Klar, ich sage sie. Es gibt so viel, dass ich dich erzähle, aber es sieht, dass ich mich nicht mehr gehen muss. Aber es ist genug, dass ich dich zu treffen kann. Ich möchte dich. Danke. Papa! Geh nicht! Ich möchte, dass du das haben möchtest. Geh es. Und geh, um den Herr Schieff. Papa! Oh nein, die arme Maus. Oh Gott, aber immerhin müssen wir nicht gegen ihn kämpfen oder so. So, übergib ihm guter Mare, der Mare, Stammesfürstin Kaitin, die persönlichen Hinterlassenschaften Weisens, die du auf dem Etz-Kaik-Hügeln erhalten hast. Okay, das Ende der Traurigkeit. Ah, guck mal, Tatsache, noch mal eine neue Mission. Ey, das ist aber komisch, oder? Haben die da vergessen, irgendwie das Häkchen einzuprogrammieren? Oder was ist da los? Also ich finde das irgendwie schon ein bisschen ungünstig. Ey, vor allen Dingen jetzt wieder dieser ätzende Laufweg. Ey, seid froh, dass Tante Nego ja immer wieder so gerne zur Schere greift. Und zum gefühlt x-mal in Richtung Blausumpfland. Ich bin echt gespannt, was Kaitin dazu sagen wird. Ob wir da jetzt noch irgendwie eine Belohnung bekommen oder so. Weil wir haben jetzt von Weisen nur seine Sachen bekommen. Ja, das Problem ist einfach, dass... Also ich spreche das ja immer wieder an, ne? Aber die Wege, die läuft man irgendwie gefühlte Millionen Male ab. Und die Kämpfe, es ist ja auch nicht so, wie man das zum Beispiel aus so manchen Action-Adventures oder so kennt, wo man sich einfach irgendwie mit so einem... Ich hätte gerade fast gesagt Blitzstich. Ich bin schon wieder voll in meiner Super-Nintendo-Terranigma-Welt gefangen. Ist ja nicht so, dass man einfach irgendwie im Vorbeigehen quasi die ganzen Gegner mitnehmen kann. Man hält halt an und kämpft und kämpft und dreht sich und kämpft. Also es gibt bestimmt auch irgendwie Möglichkeiten, solche Kämpfe schneller zu bestreiten. Aber ich habe jetzt die letzten Male, wo ich euch rausgeschnippelt habe, ja die Kämpfe auch nicht bestritten. Und hoffe, dass ich jetzt nicht die Quittung dafür bekomme, wenn wir auf das Finale zusteuern. Weil das wäre irgendwie ziemlich übel, wenn ich ganz am Ende feststelle, dass ich heillos unterlevelt bin. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Und notfalls habe ich ja noch meine geilen DLC-Waffen, auf die ich hoffentlich nicht zurückgreifen muss. Gucken wir mal. Verstehe. Also Waisen ist... Ich muss das... Achso. Ich muss dir sehr wehgetan haben, Celestine. Ich habe da gerade das irgendwie gelesen. Wenn ich geahnt hätte, dass das passieren würde, hätte ich nie davon erzählt. Tut mir leid. Bei deinem Mitbringsel handelt es sich um ein Erinnerungsstück deiner Mutter, dem Prototypen einer Waffe. Ich vermute, Waisen wollte, dass du dieses Erinnerungsstück deiner Mutter erbst. Ich werde es reinigen und es für dich zu einer wirklichen Waffe machen. Oh. Eukalyptus. Okay. Das passt sogar. Das ist ja so ein komisches Aromastäbchen, ne? Ich glaube, damit kämpft sie ja derzeit auch. Seit wir sie zur Heilerin so ein bisschen mit ausgebildet haben. Tut mir leid. Wir können nichts machen. Wir haben unser Bestes gegeben. Bitterhaft Verständnis. Wir Mare werden ständ... Achso. Okay. Das erkennen wir schon. Alles klar. Ja. Ähm... Ja, ich finde aber... Also ich kann das irgendwie schwer einschätzen. Ich will mir auch nicht anmaßen, jetzt über Celestines Gefühle zu sprechen. Aber ich glaube, sie hatte ja dadurch immerhin nochmal die Chance, sich mit ihrem Vater irgendwie auszutauschen. Und das ist vielleicht trotzdem besser als nichts, ne? Also mit der Erkenntnis und der Wahrheit, die sie jetzt halt hat, leben zu können. So, Aroma, 105 und 25. Oh ja. Sehr geil. Also diese ganzen, diese ganzen krassen, geilen Überwaffen, ey. Die sind so mega hammer toll. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt für alle eigentlich bekommen haben. Aber ich glaube schon. Die Karmelsinklinge war ja so ein Special-Belohnungsteil für Argo, dieser Axt auch. Der hier nicht. Für sie haben wir aber dieses andere Ding bekommen. Diesen Fächer, ne? Den ich eigentlich gar nicht haben will. Das hier haben wir auch aus so einer geilen Mission bekommen. Und Henker-Dämon, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Ich glaube, für sie haben wir auch aus der anderen Waffenklasse irgendwas bekommen, oder? Ach, keine Ahnung. So, hier nehme ich auf jeden Fall das... Ne, warte, warte, warte. Erstmal wieder gucken, was sie hier drin hatte. Unendliche Stärke. Sie hat Stummheitsimmunität drin. Was habe ich mir denn damals dabei wieder gedacht? Kamont der Agilität sollte sie beibehalten. Und unendliche Stärke, wobei das fast ein bisschen doppelt gemoppelt ist, ne? Weil sie voll den dicken LP-Boost hat. Ach, ich werde das einfach nach, ähm, nach spontaner Eingebung wieder so ein bisschen entscheiden. Aber diese unendliche Stärke, die sollte auf jeden Fall irgendjemand bekommen. Weil ich glaube, das wäre ganz schön verschwenderisch, wenn das, äh, einfach nur so rumlagern würde in unserem Inventar, ohne dass das jemand nutzt. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie viele Slots wir hier bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass wieder acht von neun verfügbar sein werden, so wie das bei den anderen auch gewesen ist. So, worauf habe ich mich denn bei ihr immer fokussiert? Das fängt direkt an mit so einem geilen Kamont. Und, das heißt, theoretisch könnte ich jetzt auch die unendliche Stärke gleich wieder reinpacken. Joa, warum nicht? So, was haben wir hier schönes? Intelligenz. Intelligenz. Resistenz, Verteidigung. Ach, ist irgendwie alles so gleich wichtig. Bin voll überfragt. Ich packe aber die Intelligenz hier rein. So, was haben wir hier schönes? Verbrennung. Nee. Ach, Mist. Ey, scheiße ist, dass wir hier keine Ausdauerregeneration Level 4 mehr haben. Könnte ich aber kaufen. Wobei das bei ihr nicht so tragisch ist, weil sie eher die normale Ausdauer, ähm, eigentlich benötigt, ne? Mh, oh, es ist echt schwer. Ja, ich glaube, ich mach das aber. Weil, äh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, auch wegen der Verteidigung, die sie eigentlich auch ganz gut gebrauchen könnte. Stummheit. Näh, also ganz ehrlich, wenn der letzte Final-Boss, auf den ich mich jetzt innerlich so ein ganz kleines bisschen schon einstelle, äh, wenn der uns stumm macht, dann werde ich da wahrscheinlich nach meinem ersten virtuellen Tod gegen ihn das hier alles nochmal so ein bisschen ummodeln und anpassen. Ich kann ja dann entsprechend darauf immer noch reagieren. So, hier kommt nochmal Intelligenz rein. Was haben wir hier Schönes? Oh, das ist wieder so ein Spezial-Slot. Super. Genauigkeit will ich nicht. Kritische Treffer gibt's auch wichtigeres. Kahn-Produktion wäre eine Überlegung wert. Und die Kahn-Reduzierung auch. Und ich glaube, ich priorisiere jetzt mal diese Kahn-Reduzierung um eins mit am höchsten. Ah, wobei ich mich nicht entscheiden kann, ob ich nicht die Kahn-Produktion irgendwie besser finde. Weil, ich weiß nicht, ob 20% jetzt einen größeren, positiveren Effekt haben für die schnelle Heilung als das hier. Bin mir irgendwie unschlüssig. Ich glaube, ich nehme... Ich glaube, ich nehme die Kahn-Produktion einfach so aus dem Bauch heraus. Wenn das jetzt blöd war, dann war das halt blöd. Dann muss ich jetzt mit meiner Dummheit leben und mit den Konsequenzen, die ich damit ertragen muss. Aber es wird hier schon den Kohl nicht fett machen, hoffe ich doch mal. So, hier bekommt sie auf jeden Fall Schnelligkeit. Denn LP braucht sie jetzt erstmal nicht weiter. Okay, und hier können wir ihr nochmal einen Ausdauer-Boost verpassen. Und dann haben wir noch einen Sword. Ja, perfekt. Perfekt. Sehr schön. So, jetzt ist nur die Frage, was sie am ehesten kriegen soll. Ich glaube, auch hier werde ich ihr wieder Ausdauer zur Verfügung stellen. Was können wir hier noch machen? Wow, ey, sie kann hier noch so ein Special-Ding einsetzen. Okay, das ist geil. Also, das war bei ihrer alten Waffe auch so. Da konnte sie auch drei von diesen Spezial-Dingern irgendwie mit reinbringen. Boah, Schnelligkeit plus 20. Ist mal ein ziemlicher Sprung nach vorne. Und irgendwie tendiere ich da immer noch hin. Auch wenn ich mir einen Verteidigungs-Boost ebenfalls gewünscht hätte. Aber, ne, ich glaube, ich mache jetzt das hier. Das wiegt das mit den LP wieder so ein bisschen auf. Hoffe ich zumindest, wenn das jetzt Müll war, dann war es halt Müll. Da muss ich auch hier irgendwie lernen, damit umzugehen. Ist okay. Ich meine, ich habe es ja bis hierhin auch geschafft, obwohl ich die ein oder andere falsche Entscheidung schon getroffen habe. Aber so ist das aus dem Bauch heraus für mich erstmal die optimale Vorgehensweise. Und wenn ich merke, dass eine Celestine, die ich möglicherweise auch einsetzen werde auf der La Strada, dass sie da gar nicht klarkommt und gar nicht zum Heilen kommt und so, dann kann ich ja letzten Endes immer noch sagen, dass ich da den ein oder anderen kann. Und umstecke, ne? Es ist ja nicht irgendwie alles verloren, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe. So, ich werde es hier erstmal nochmal kurz gucken. Ich glaube, das dürfte fast schon der letzte Einkauf sein für die La Strada. Also, ich weiß nicht, ob das der letzte Ort ist, aber es spricht irgendwie eine ganze Menge dafür. So, warte mal, dann werde ich mich jetzt hier erstmal noch ein bisschen mit Items eindecken. Hat der neue Waffen? Die Frage stelle ich mir jedes Mal, ne? War den Kater schlechter? Ne, der ist schlechter. Warum ist denn der... Ne, der ist gar nicht schlechter. Ja, okay. Okay, okay, okay. Ähm, 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 ähm. Okay, ich nutiere mir mal eben kurz die Waffenwerte meiner Leute. So, also ich kann Entwarnung geben. Es gibt zwei Charaktere, die neue Waffen bekommen. Die werden wir gleich zusammen bestücken. Einmal für Juto hier diesen Kater schlechter, den habe ich eingekauft. Hier seht ihr ja die Werte. Der hat momentan 142 plus, ähm, 30 ausgerüstet. Und die süße Roo, die kriegt jetzt auch nochmal eine neue Waffe. Und zwar hier. Dieses Starkwind-Katana, weil sie hat momentan den Henker-Dämon. Da brauche ich jetzt nicht auf meine Liste gucken, weil da sieht man ja schon den Unterschied, ne? Das Einzige, was hier noch ganz interessant ist, das wollte ich jetzt nicht ohne euch machen. Ähm, das sind diese ganzen Verteidigungsdinger, die man hier noch einkaufen kann. Da werde ich auch nochmal einmal für Zephi was kaufen, für Argo was kaufen. Zephi, Argo, Crocelle. Zephi, Argo, Crocelle, Roo. 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 Wirklich besser, ja. Grocelle. Oh, ich bin gerade daneben vorbei. Grocelle. Und Ruhchen. Sehr schön. Super. Haben wir hier auch nochmal ein bisschen was gut gemacht. Und dann werden wir mal gucken, dass wir denen ihre neuen Waffen jetzt auch zur Verfügung stellen. Wir haben echt so viel Kohle. Ich brauche den ganzen Kram nicht mal mehr zu verkaufen. So, sie bekommt jetzt erst mal den Henker-Dämon weg. Hat momentan das dreiblättrige Kleeblatt. Okay, als einziges. Ich glaube, bei ihr wird das einen richtigen Sprung nach vorne jetzt gleich bedeuten, schätze ich mal. So, wir haben teilweise gar nicht mehr. Okay, warte mal, bevor ich das jetzt hier mache, will ich mal eben ganz kurz bei ihr war das, glaube ich, noch ein paar von den Level 4 Ausdauer-Regenerationsdingern einkaufen. Von mir aus auch vier Stück. Genauso hier. Nicht, dass wir dann am Ende da irgendwie so einen blöden Mangel haben. Muss ja auch nicht sein. Also, wenn man die hier einkaufen kann, dann sollte ich davon auch entsprechend Gebrauch machen. So, jetzt haben wir von allen fünf. Sehr schön. So, dann gucken wir jetzt aber mal etwas genauer rein. Wir können das ja schon mal ausrüsten. Starkwind-Katana. Sehr schön. Dann hat sie das schon mal. Und dann gucken wir mal, wie weit jetzt diese ganzen komischen Bestückungskamont-Tafeln letzten Endes gehen. Hier, sie hat eigentlich schon einen relativ guten Verteidigungswert. Also, ich werde bei ihr wahrscheinlich auch eher ein bisschen auf Angriff gehen. So, ich glaube, alles, was mit Regeneration zusammenhängt, wird ihr hier von großem Nutzen sein. Wobei, warte mal, nee, das ist kein so ein Special-Slot. Da kommen keine besonderen Kamons rein. So, was haben wir hier? Okay, hier haben wir jetzt den ersten. Sie braucht auf jeden Fall irgendeine Form von Erfahrungsboost. Das heißt, ich werde jetzt hier als erstes wahrscheinlich wieder... Wo ist denn das Kleeblatt? Bin ich da... Da. Bin ich gerade voll vorbeigedingst. Ich habe gerade voll den Schrecken bekommen. Ich dachte, ich hätte das verloren. Okay, das ist eine ziemlich coole Tafel, weil sie hatte beim letzten, bei der anderen Waffe, nicht zwei solche Dinger zur Verfügung. Ach, wir haben zweimal das dreiblätterige Kleeblatt noch. Es ist so ein Zungenbrecher jedes Mal aufs Neue. Ähm, dann stehe ich eigentlich vor der gleichen Frage wie bei Celestine, ne? Welche Kahn-Geschichte ist die bessere? Ich werde auch ihr mal die Kahn-Produktion plus 20 geben. Und hoffe einfach mal... Ja, auf der anderen Seite, wenn die natürlich so ein Umfeld haben, wo die nur ganz schwer Kahn aufbauen können, ist die Reduzierung wieder besser, ne? Ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie hinhauen wird und dass es da zum Ende hin keine Einschränkungen geben wird. Vielleicht ist das ein bisschen blauäugig, aber... Das werden wir ja dann schon sehen, wenn die Zeit reif ist, ne? Hier bekommt sie ein bisschen Ausdauer spendiert. Hier bekommt sie wieder Ausdauer-Regeneration spendiert. So langsam läppert sich das ja zusammen, ne, von den Werten. Hm, hier werde ich wieder ein bisschen in die Offensive gehen. Hier... Oh, Schnelligkeit hat sie eigentlich schon relativ viel. Ich glaube, ich möchte ihr lieber ein bisschen mehr LP geben. Ey, Bonus-Upgrade! Ja, das ist das Schöne an diesen Waffen, abseits von den Superwaffen, ne? Jetzt haben wir zwar keine weiteren Tafeln mehr, ja, aber immerhin einen kleinen Resistenz-Bonus. Das wiegt natürlich jetzt nicht die weiteren Tafeln auf, die uns ja an der Stelle fehlen, die ich jetzt noch gerne gehabt hätte, aber ist ja erstmal besser als nichts. So, dann gucken wir mal, was wir für Juto machen können. Der hat momentan das 4-blättrige Kleeblatt und die Kahn-Kontrolle, okay. 4-blättriges und Kahn-Kontrolle. Wie hieß denn das? Ach, der Kater schlechter war das gewesen, genau. Oh, ne, ich will oben anfangen. So, hier bekommt er erstmal Angriff plus 5 mit reingesetzt. Hier, ähm, ja, gehe ich auch mal auf den Angriff. Vielleicht ist das auch blöde, vielleicht bin ich auch zu wenig passiv und werde dann irgendwie, ja, voll elendigst bestraft werden, aber da muss ich jetzt durch. So, hier möchte ich jetzt bitte zuerst dieses 4-blättrige Kleeblatt, genau. Dann bekommt er hier die Schnelligkeit spendiert. Ist mir nämlich irgendwie zu niedrig der Wert, so ein kleines bisschen. Hier, Ausdauerregeneration Level 5, genau, das hat er gerade abgegeben. Das hatte der ja auch in seiner letzten Waffe schon mit drin. Ähm, hier bekommt er die normale Ausdauer. Ich will irgendwie noch so einen Special-Slot haben. Ich glaube, das ist auch einer, ja, sehr schön. So, ähm, 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 ähm. Was machen wir mit ihm? Kahn-Produktion, Kahn-Reduzierung hatte er vorher drin. Könnten aber auch natürlich hier so ein, so ein Gesamtstatus-Erhöhungszeug ihm irgendwie aushändigen. Ich glaube, ich gebe ihm aber wieder die Kahn-Kontrolle, die er vorher auch schon hatte. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber wir können es ja mal probieren. Hier, Resistenz. Das ist für ihn echt der bekloppteste Slot mit diesem gelben Knubbel, weil da braucht er irgendwie relativ wenig von. Ähm, hier packen wir mal die Schnelligkeit mit rein und bekommen Eis-Element. Das heißt, er teilt jetzt Eisschaden aus, oder was? Okay, ich muss ihm das nur noch ausrüsten. Nicht, dass er jetzt hier ohne Waffe loszieht oder mit einer viel zu schwachen Waffe. Ja, supi. Der zieht doch schon mal schnieker aus, will ich meinen. So, und eigentlich wollte ich ja nur zu diesem Händler hingehen, um mir ein bisschen was an Items einzukaufen. Und das werden wir jetzt natürlich trotzdem noch tun. Ich habe es nicht vergessen. So, und ich glaube, hier werde ich ausschließlich auf die teuersten Sachen zurückgreifen müssen. Und ich habe nicht mal den allergrößten Bedarf, denn wir haben ja schon relativ viel. Hiervon sollte ich vielleicht noch mal ein paar mehr kaufen, auch wenn ich mich jetzt richtig pleite mache. Und wenn ich sage richtig, dann meine ich auch richtig, aber ja, einfach mal für den Notfall und so. Und genau so könnte man das hier auch noch mal um 8 nach oben kaufen. Boah, bin ich viel Geld losgeworden. Das liegt aber in erster Linie am Genesungstrank. So, ähm, okay. Aber man konnte bei dem... Warte mal, ich muss mal eine Sache noch gucken. Da konnte man keine Zustandsveränderungseilsachen einkaufen, ne? Warum eigentlich nicht? Ist ja irgendwie schon ein bisschen blöde, ne? Kann ich hier gar nichts einkaufen, was irgendwie Zustände heilt? Das ist ja irgendwie ein bisschen scheiße. Also klar, unsere Heilmagierinnen können das ja auch irgendwie aufheben, aber... Ich finde das gerade trotzdem irgendwie nicht so toll. Bei den Immunitäten hatte ich ja schon mal eingekauft, ne? Glaube ich zumindest. Na gut, dann, ähm, kann ich gerade ganz schwer einschätzen, ob wir gut genug gewappnet sind. Ich weiß auch gar nicht, was in der La Strada eigentlich auf uns wartet und wen oder was wir da eigentlich bekämpfen sollen. Wenn wir überhaupt irgendwas oder irgendwen bekämpfen sollen, das kommt ja auch noch hinzu, ähm, wir sollen die ja eigentlich nur zum Abstürzen bringen, ne? Und das ganze Konstrukt La Strada irgendwie dem Erdboden gleich machen. Aber irgendjemand wird da bestimmt oben auf diesem Schiffchen rumlungern und das, äh, zu verhindern wissen, schätze ich mal. Vielleicht werden wir sogar gegen, ähm, gegen Strass direkt kämpfen. Kann ja auch sein, ne? Also der soll ja eigentlich tot sein. Wir sind ja mehrfach schon an seinem Grab und so gewesen. Aber wer weiß, vielleicht passiert ja da trotzdem noch irgendwas. Ich hab wirklich keinen blassen Schimmer. Selbst wenn ich den Hauch eines Erinnerungsfetzens noch mitbringen würde, ähm, dann würde ich den ja nicht mal zum Besten geben. Also ich stelle solche Theorien immer nur dann auf, wenn ich wirklich null Ahnung hab. Wobei ich in der letzten Folge ja bei dieser einen Mission, ne, bei diesem letzten Gegner mit diesem Windelement ja auch eine Vermutung hatte. Aber ich, ähm, hatte da wirklich kein Bild vor Augen oder kein Plan oder sonst was. So, ne, speichern können wir auch drüben bei Icton. Ich geh da mal schnell hin. Diesmal hat das mit dem Durchlaufen sogar richtig gut funktioniert. Hat mir keiner den Weg blockiert. Ich hab wieder keinen umgenietet, ja, wieder voll feige. Einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. So, wir speichern das Ganze hier nochmal ab. Deswegen hab ich da vorhin nämlich nicht gespeichert. Aber es ist echt der Wahnsinn, oder? Wenn man überlegt, was wir da gerade eingekauft haben. Also ich schätze mal ganz stark, dass wir das auch vorher schon hätten einkaufen können. Dass ich da einfach nur nicht genau genug hingesehen hab. Und wir haben zwischenzeitlich schon den ein oder anderen kniffligen Boss auch umgenietet, ne. Der wär um einiges wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn ich da vorher mal genauer vorbeigeschaut hätte. Aber egal. Wir haben auch das überstanden. Und, ähm, ja. Ja, ich fühl mich jetzt maximal bereit, die La Strada zu nutzen. Ach so. Ah ja. Okay. Hab das irgendwie ein bisschen verpennt. Ich dachte, ich muss jetzt wieder mit ihm reden oder so, damit er uns hochbringt. Ja, hier sind wir schon mal kurz gewesen. Ich find diesen Ort immer noch überaus, ähm, äh, interessant. Und, ja, und irgendwie auf seine Art und Weise richtig, richtig schön. Zum Ruhalt-Plateau. Ne, wir hatten hier aber noch irgend so einen anderen... Ach guck mal, hier hätte ich auch speichern können. Überall Speicherpunkte. Die Entwickler wollen wohl sicher gehen, dass man vorher abspeichert. Warum nur? Prüfung des Wissens. Gucken wir mal. Ich weiß nicht viel, aber ich kann mich bei vollkommener Ahnungslosigkeit immer noch kompetent verkaufen. Ob mir... Ob mir das hier noch helfen wird, äh, wird sich zeigen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, es sieht genau wie die ähnliche Sprache, die wir unten im Unterseedtunnel gesehen haben. Celestine? Lass es mir! This is the first chamber. He who wishes to pass beyond this place must first face the Clarity Trial. The Clarity Trial requires you to go to the designated islands in the three areas of Wisdom, Intelligence, and Sagacity. There are four types of vessels that react to Attribute Khan on each area's floating island. Once you're there, generate two Attribute Khan the same color as the vessel near it. Once you've managed to do that, a path connecting the islands will open, and you will be able to pass. But, if you trigger the vessels in the incorrect order on each island, you fail the trial, and the proper path will not open. Should you wish to start over, trigger it one more time, and it will return to its original state. If at any time you wish to begin the trial over, just trigger the activation vessel in the center of the area. When you do this, the trial will reset. Conquer all three areas, Wisdom, Intelligence, and Sagacity, and you will have passed the trial of the first chamber, and you may proceed. So, what's saying that the path will open if we generate Attribute Khan and trigger the vessels? Hmm, Judo and I cannot generate Attribute Khan. We'll switch to support positions. Even if we make a mistake, we can trigger the activation vessel and start over. So let's take this slowly and carefully. If you don't understand, try touching the monument. It'll make it so it'll display in our modern language, okay? Mhm. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass wir jetzt wieder quer durch die Weltgeschichte reisen dürfen und alle möglichen Orte besuchen sollen, um da irgendwas einzusammeln? Lastrada-Eingang, okay. So gucken wir uns mal erstmal hier um. Ähm, die Orte sind halt nicht konkret benannt worden, deswegen, äh, hab ich gerade so ein bisschen, äh, so ein Fragezeichen über meinem Kopf. Oh, was bist du denn für ein schicker Weg? Warte mal, da laufe ich gleich nochmal lang. Ich glaube nämlich, das ist dieses komische Aktivierungsding, was ihr gerade meinte, das, was da so komisch lila leuchtet. Äh, ich hab mich innerlich jetzt hier schon voll auf Boss und so eingestellt. Klar, Heizmonument. Prüfung des Verstandes. Fülle das Gefäß mit zwei passenden Elementkarn, um einen Pfad zu eröffnen und einen zu schließen. Nutze das Aktivierungsgefäß zum Neustart. Aha. Aha. Okay. Ich traue mich gar nicht, irgendwelche minderbemittelten Fragen zu stellen, aber ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was das Spiel von mir will. Aber wir gucken mal. Also wir haben hier auf jeden Fall mehrere, oh, da sind Gegner. Wir haben hier auf jeden Fall mehrere Ebenen, die irgendwie miteinander verbunden sind. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir durch die richtige Befüllung weitere Wege freischalten oder umlenken oder was auch immer. Oh, was seid ihr denn? Oh, die sehen aber irgendwie stark aus. Immerhin neue Gegner, das ist schon mal gut. So, dann gucken wir mal. Hallo, Armons Bein. Kann ich bei dir einen Schnelltod hinkriegen? Ey, das ist ja mal so witzig. Ey, der hat aber echt schon die Größe eines Bosses, oder? Wahnsinn. Ich wette, bei dem geht kein Schnelltod, auch wenn das mal richtig geil wäre. Also das ist gerade echt ein bisschen krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Königliche Wache. Und lasst mich raten, die werden wahrscheinlich auch alle respawnen. Wahrscheinlich auch immer dann, wenn ich einen Fehler mache und so. Auf jeden Fall die hübschesten Gegner bisher, muss ich mal so sagen. Also vor allen Dingen diese komischen königlichen Wachen hier. Richtig geil, auch wenn das überhaupt nicht meine Lieblingsfarbe ist. Aber ich bin ja total begeistert von dem Gegner-Design. Muss ich mal den Entwicklern Lob aussprechen. Auch wenn ich mir während dieser komischen, wegen diesem komischen Dialog gerade schon wieder gedacht habe, ey Leute, jetzt macht doch bitte nicht das nochmal, was mich die ganze Zeit in den letzten Folgen so genervt hat. Dass man immer wieder Backtracking betreiben muss und immer wieder durch die gleichen Gebiete latschen muss, ja. Aber das müssen wir hier, glaube ich, gar nicht. Das geht jetzt hier um Gefäßbefüllung hier vor Ort, ne. Und nicht darum, dass wir jetzt irgendwo nach draußen nochmal irgendwas erledigen. Das beruhigt mich gerade wieder ein bisschen. Wobei ich mich frage, ob wir jedes Mal, wenn wir irgendwas versemmeln, ob dann wieder Gegner kommen oder was oder wie die Bestrafung aussieht. Oder ob wir das einfach nur wieder von vorne machen müssen. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir dieses komische Aktivierungsding da gebrauchen, um das Ganze zu resetten, kommst du denn her? Beschwört er euch immer irgendwie neu? Er hat ja irgendwie so mehrere von solchen Schmetterlingen in seinem Gläschen und... Hä? Was ist denn hier los? Hä? Warum kommen denn die Gegner jetzt immer zurück? Hallo? Ich meine, zum Leveln ist das ja mal richtig geil. Weil die Haufen weiß... Nein, jetzt habe ich gerade den B-Knopf verpasst. Ach Mann, ey. Weil ich mir jetzt die Energieanzeige unten links angeguckt habe. Ich will nur einmal kurz gucken, ob es hier die Chance gibt, irgendwie die Gegner alle endgültig umzunieten. Oder ob wir jetzt hier immer respawnende Gegner haben. Ich könnte jetzt natürlich auch meine... Guck mal, ich habe nämlich richtig viel Kahn. Das ist mir irgendwie fast zu blöd. Ich glaube, die Gegner kommen immer wieder zurück. Da habe ich ja gerade irgendwie gar keinen Bock drauf. So, warte mal. Bin ich jetzt hierher gekommen? Es gab hier nämlich zwei Wege. Nee, von der anderen Seite bin ich gekommen. Genau. Ich will nur mal eben kurz gucken. Ach, das ist das Gefäß. Okay. Ähm, öffnen jetzt eine Schatzkiste. Hallo, Auferstehungswasser. Äh, okay. Wofür können wir das brauchen? Vielleicht will das der Juto als Rasierwasser haben oder so. Auferstehungswasser kann ich jetzt persönlich erstmal nichts anfangen. Ich kann leider auch nicht auf meine Items zugreifen, weil das Spiel ja da so ein bisschen komisch ist. Hallo, ich würde gerne in mein Itemmenü gucken. Wäre das vielleicht möglich? Warum lässt du mich denn nicht? Hier ist doch gerade voll gechillt auf der Insel. Das hier wird wahrscheinlich ein weiterer Weg sein. Er sieht so geil aus. Er sieht so cool aus. Ja, ähm, ich würde gerne wissen, was so ein Auferstehungswasserchen Macht bringt und überhaupt. Aber ich kann das gerade leider nicht überprüfen. Es tut mir sehr leid. Da, Auferstehungswassergruppe vollständig wiederbeleben. Ah, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Spezialgegenstand. Da frage ich mich jetzt aber trotzdem, wo soll ich denn jetzt hier irgendwie Kahn reinpacken? Oder war das dieses Gefäß, wo ich ganz am Anfang schon gewesen bin? Oder bist du... Nee, du bist ein Gefäß, oder? Nee, du bist kein Gefäß. Du siehst aber ganz schön gefäßig aus. Nee, da hinten, da hinten leuchtet irgendwas. Gefäßig klingt ein bisschen wie gefräßig, ne? Ähm, ja, ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ich bin schon wieder voll überfordert. Aber da, da wird das Richtige sein. Das wird das sein, was ich gesucht habe. So, und nun? Was soll ich jetzt machen? Angreifen? Ich habe keine Ahnung. Ist ja irgendwie ein bisschen minderbemittelt, wenn ich sowas nachlesen würde, ne? Aber ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ach, ich muss in der Nähe. Ah, deswegen respawn auch die Gegner. Ja, 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 ich muss in der Nähe. Ja, könnt ihr mal bitte kurz den Gegner ein bisschen herkommen lassen? Ich weiß nicht, wie nah der das haben möchte. Aber irgendwas werden wir jetzt hier benötigen. Die Frage ist jetzt, was für ein Kahn will dieses Ding jetzt hier haben? Ähm, wir haben mit Zephy... Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Also, Rue ist ja Blitz. Ähm, ne? Crosshair ist Feuer. Vielleicht sollte ich Celestine noch mit ins Boot holen. Ich weiß gar nicht, woran erkennt man... Ach, Blitzgefäß steht da. Hä? Ich habe doch vorher auch schon A gedrückt in der Nähe dieses Teils. Verstehe ich gerade schon wieder alles nicht. Aber irgendwas hat sich gerade geändert. Das ist, glaube ich, schon mal gut. Ähm, oh mein Gott, ey. Ich werde hier wahrscheinlich so viele sinnlose Runden drehen, weil ich jetzt schon irgendwie kein Peil mehr habe. Wohin eigentlich? Äh, okay. Da ist wahrscheinlich ein Feuergefäß. Das war so komisch rötlich eingefärbt. Ich will nur gucken, dass ich hier auch nichts auslasse. Weil hier scheinen ja auf einzelnen, ähm, Inseln auch ganz gerne mal Truhen zu sein, wenn ich das vorhin, äh, richtig gesehen habe. Und ja, ich habe es richtig gesehen. Das brauche ich hier gar nicht in Frage zu stellen, soweit ich finde. Äh, was soll ich das noch einsammeln? Obwohl wir wahrscheinlich hier gar kein Geld mehr brauchen werden. Okay, ich bin schon ja maximal verwirrt. Mir sind hier viel zu viele Wege gerade offen. Ich glaube, das ist neu, oder? Oder ist die offen? Ich glaube, die ist neu. Bitte sei neu. Ja, du siehst sehr neu aus. Du siehst sehr geschlossen aus. Sehr schön. Ewigkeitsschulterschutz. Okay, das klingt gut. Das ist vielleicht die beste Belohnung, die wir jetzt hier überhaupt... Oh, Crossell ist irgendwie gleich tot. Der blinkt da lustig vor sich hin. Ewig. Ja, geil. Guckt mal. Das ist mal richtig cool. Also alles, was unsere Verteidigung irgendwie weiter verbessert, ähm, begrüße ich doch sehr. So, warte mal. Ich werde ihm jetzt hier mal ein bisschen... Damit er zumindest jetzt hier noch ein paar Schläger austeilt im Vorbeigehen. So ein bisschen was jetzt mitgeben. So, und dann gucken wir nochmal auf die andere Seite. Vielleicht gibt es da auch noch eine Truhe. Und dann gehen wir zu diesem, ähm, Feuergefäß mal weiter. Das Feuergefäß war ja nicht hier, ne? Ich frage mich, ob es immer einen Verbindungsweg zurück zum Anfang geben wird. Ich glaube aber irgendwie schon, ne? Das ist wahrscheinlich unser... Unser Startgebiet. Da werde ich dann zukünftig nicht mehr raufgehen. Keine Sorge. Hier kommen wir zum Eingang. Alles klar. So, einmal ein bisschen aufs Gas gedrückt, damit wir uns diesen Laufweg nicht nochmal reinziehen müssen. So, Crocelle haben wir ja derzeit an unserer Seite. Ich weiß nicht, ob ich ihn dafür auch steuern muss. Weil gerade eben habe ich ja mit Rue, aber eher durch Zufall, ähm, dieses Teil aktiviert. Und, äh, könnte mir vorstellen, dass die sich hier ebenso wünschen, dass wir das mit Crocelle erledigen. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich hier ein bisschen, äh, ein bisschen was generiere, anfeuerkarn. Da waren das nicht nur zwei Karns, die da gebraucht wurden? Ich bin mir nicht sicher. Bewegen. Ja, okay, sehr schön. Okay, ich habe das System verstanden. Finde ich gut, freue ich mich gerade voll. Ich weiß nicht, ob wir durch diesen komischen Kameraschwenk von gerade eben, äh, immer eindeutig auch erkennen können, wo die nächsten Wege langführen. Also, ich tue es nicht. Deswegen, äh, muss ich mich im Vorfeld dafür entschuldigen, wenn ich jetzt hier jedes Mal aufs Neue die Wege ablaufe. Also, den Weg nach links brauche ich jetzt nicht abzulaufen. Das habe ich gesehen. Der führt uns nämlich wieder an den Anfang. So, jetzt müsste aber theoretisch hier noch irgendwas anderes frei sein. Und, äh, ja, die Frage ist, wie viele von diesen Dingern, drei Stück waren das gewesen, ne? Und zwei haben wir schon. Oh, oh. Bein. Hör auf, Stress zu machen, blödes Bein. Dann müsste, ne. Ne, hier waren wir schon. Hm. Okay, jetzt ist Nego ja verwirrt. Jetzt habe ich keine Ahnung, was wir als nächstes tun sollen. Vielleicht wieder das Blitzding aktivieren, weil da hinten führt ein Weg entlang. Ah, ja, klar. Jetzt werden wir das Blitzding wieder aktivieren müssen. Das führt uns dann dahin. Und dann kommen wir da wahrscheinlich zu der letzten Insel, wäre jetzt einfach mal meine Vermutung. Ich will nur mal hier kurz gucken, ob hier nicht nochmal ein Weg abgeht. Aber ich glaube nicht, ne? Das würde ich von hier schon erkennen. Na gut, dann werde ich jetzt nochmal versuchen mit Rue, ähm, das Blitzding hier zu aktivieren. Da hat auch kein Weg mehr abgeführt, ne? Okay, gut. Dann müssen wir einfach mal gucken. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann, äh, habe ich aber wirklich ein Verständnisproblem, weil, äh, dann habe ich keinen Plan, wie man das jetzt hier irgendwie hinkriegen soll. So, Gegnerchen, bitte einmal alle rüber. Wahrscheinlich reicht das, wenn die einfach nur auf der Plattform sind. Äh, Sefi, könntest du bitte auch deine Heilung berücksichtigen? Das wäre, äh, sehr freundlich und hilfreich für das Überleben dieser Truppe. So, jetzt gucken wir hier nochmal und ich hoffe, dass sich jetzt meine Theorie auch bewahrheiten wird, denn ansonsten sehe ich hier irgendwie schwarz, aber ich möchte nicht nachschlagen. Ich möchte das irgendwie alleine hinbekommen. Aber guck mal, meine Idee war die richtige. Also ich meine, was heißt Idee? Grandios war die jetzt nicht, weil viel mehr Möglichkeiten hatten wir letzten Endes nicht. Aber wir kommen jetzt hier weiter. Das finde ich gut, das erfüllt mich mit Freude und ich habe nicht nachschlagen müssen. Juhu! Ich kann mich echt null an diesen Ort erinnern. Aber ich finde den echt wunderschön. Ich finde auch die Gegner total klasse. Mich regt das jetzt auch nicht mehr auf, dass die respawnen, weil ich jetzt halt weiß, ähm, warum das so ist, wie es ist. Und, äh, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Angst. Warte, ich mache mal ganz kurz was gucken. Ach, da sehen wir das auch nochmal. Das erinnert mich so ein bisschen an Chemieunterricht, so wie das ja alles aufgebaut ist mit den ganzen Strängen und allem drum und dran. Okay, speichern kann ich jetzt hier nicht, ne? Ne, ich habe irgendwie voll Angst vor so einem, ach, Prüfung der Weisheit. Ja, stimmt, das war erst der erste Teil der Prüfung gewesen. Alles klar. Das war quasi das Vorgeplänkel und die richtig schwierigen Rätsel, die kommen dann wahrscheinlich jetzt irgendwann. Äh, okay. Hier ist wieder kein Speicherpunkt. Alles klar. Ähm, ich werde euch dann trotzdem an dieser Stelle mal verabschieden, liebe Leute. Und, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der nächsten Folge dann schon das Finale durchlaufen werden, die ist sehr, sehr groß. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, dass wir danach, nach diesen zwei noch verbleibenden Prüfungen, irgendwie nochmal ein komplett neues Gebiet kommen. Aber ich weiß es nicht. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich danke euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.